Herzlich Willkommen bei mir, Mo Leitner. Heute drehen wir einen Tag mit Nivea Mann. Day in a life bei mir, heute Matchday bei der Bola League. Kommt rein und wir geben Gas. So, jetzt gehen wir in mein Homeoffice. Kommt mit. Bisschen anschwitzen gleich, bisschen Gas geben. Und ja, hier sind ein paar Shirts von mir. Alle meine Station. Aktuell Bola League. Deswegen schaut euch gerne um. Hier internationale Jungs. Ein paar gute Namen dabei. Salah, wie sie alle heißen, Buffon, Dani Alves, Casillas. Hier hängen auch noch ein paar Prachtstücke. Hier noch ein Highlight von uns selber. Wembley 2013. Hier hinten ist auch noch was. Aber das ist alles nur Deko. Jetzt gehen wir ins reingemachte. Bisschen Gas ab. Pause. So Männer, anschwitzen vorbei. Jetzt gleich mal ein paar Vitamine noch nehmen. Und dann geht's an Frühstück und weitere Vitamine aufnehmen. So, anschwitzen vorbei. Jetzt heißt, wichtige und vor allem gute Nährstoffe zu sich nehmen. Hier ein bisschen Haferflocken gemixt, Buchweizen, glutenfrei, Sojaflocken, alles dabei. Natürlich wichtige Proteine, kommen auch noch dazu. Ein paar Superfood-Sachen. Und dann haben wir genügend Kraft für heute Abend. Noch ein bisschen was für die Darmflora. Haben wir natürlich auch dabei. Nehmen wir gleich noch ein paar Vitamin D. Obwohl die Sonne heute scheint. Aber kann man immer gut geworfen. Und dann lassen wir es uns gleich schmecken. So, bisschen frische Luft noch. Kleiner Spaziergang. Ab zum Edeka. Holen jetzt noch eine Lunchbox für uns für die Reise. Und dann geht's ab nach München zum Hauptbahnhof. Und dann bald nach Köln. Und dann ab in die Halle. Das ist gut. Ja, alles gut. Bei dir? Ist es noch für mich? Ist es auch für dich, ja. Aber wir packen es vor allem noch in die Tüte. Ja. Das ist Mr. Remberger persönlich. Für die Fahrt packen wir noch ein bisschen was ein. Für die Jungs ein paar Bananen. Holen wir noch ein paar Äpfel. Ein paar Riegel. Und dann geht's super gestärkt. Mit ein paar Sachen Wasser packen wir noch ein. Und dann heißt's ab nach Köln. Was? Hol den Sieg nach Hause, Junge. Wir geben unser Bestes. Für Elnstein. Schau, selbst der ganze Ort ist mit dabei. Die fühlen das hier. Hier fühlen die das. Beats United heute gegen Poldi und Alisha. Wir freuen uns drauf und dann bis später. So, alles soweit erledigt. Jetzt heißt's ein bisschen frisch machen. Ab in die kalte Dusche. Und dann geht's ab. Duschen fertig. Ganz wichtig. Ein bisschen Pflege für Körper. Gesichtspflege. Mit der Nivea Man Sensitive. Ja, Sonnenschutz. Und wir wollen ja auch einfach gut ausschauen. Deswegen gehört Feuchtigkeit für Haut und Rollen einfach dazu. Deswegen, Jungs, dreht euch ein und schützt eure Haut. So, sitzen jetzt im Auto. Machen wir uns jetzt gleich auf den Weg zum Hauptbahnhof. Wir werden noch ein bisschen was zum Essen einpacken, damit wir auch gut versorgt sind. Und dann heißt's endlich, die Jungs treffen, Sesamstraße, auf dem Weg nach Köln zur Borla League. In der Nähe vom Hauptbahnhof jetzt angekommen. Jetzt heißt's für Manager Leitner noch, was zum Essen besorgen, damit wir schön was zum Mittagessen haben für die Fahrt. Ein Geheimtipp von mir. Wenn ihr Curry mögt, das beste Curry in town, definitiv bei Baibu. Wir holen jetzt unser Essen ab. Alles gut? Ich hab's schon angepriesen. Das beste Curry in town. Und, äh, wisst ihr sie schon? Das ist gerade euer. Gesundes, leckeres Essen ist das A und O für die gute Performance heute Abend. Deswegen, mit diesem Mann kann nur gut gehen. Was kannst du uns noch empfehlen? Ich hoffe, ihr holt jetzt ein paar Punkte noch von Köln. Jetzt müssen wir mit diesem Mann. Wir sagen Danke und ich komme dann Dienstag wieder zum Regenerationsessen. Freue mich. Hau rein. So, endlich. Abfahrt von München nach Köln. Sesamstraße ist on the way. Bisschen Mittagsessen jetzt und dann werden heiße Ohren gemacht, bisschen Uno gespielt, oder Männer? Und Sesamstraße ist da. Super, super Wetter wieder. Sesamstraße arrived. Vamos amigos. Jetzt geht's endlich ab Richtung Hotel. Dann, äh, bisschen Mangiare noch. Bisschen aufladen. Ab. Und dann heißt es nochmal kurz Beine hochlegen im Zimmer. Und dann endlich in die Halle, wo wir dann bisschen Vollgas gehen. Ich freu mich. Das ist Qualität, muss ich sagen. Qualität. Deswegen Abfahrt. Und dann geht's noch ab. Eine Kleinigkeit essen. Und dann endlich in die Halle. um Vollgas zu geben. So, endlich angekommen. Jetzt hat in der Nivea Man Umkleide. Schauen wir rein. Ziehen schnell das Trikot an und dann geht's auf den Platz. Wie ihr seht, in der Nivea Man Kabine ist natürlich auch für nach dem Spiel gesorgt. Deswegen Shampoo, bisschen Deo, Pflegeprodukte. Ab mit dir. Vielen Dank, Anivea. Und, äh, ja, nach dem Duschen sehen wir dann wieder fresh. Vielen Dank, Anivea. Musik So, leider nicht das Ergebnis, das wir wollten, aber war trotzdem ein geiler Tag mit Nivea Man at Baller League hier in Köln. Ich habe jetzt aber die Schnauze voll, jetzt geht es ab nach Hause und ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht.